Der nächste Song ist 1000 Years und darum geht es darum, dass Christus nach dieser Zeit ein tausendjähriges Reich errichten wird. Ja, daher kommt es nämlich wirklich aus der Bibel und darüber werden wir jetzt mal singen. Musik 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 Die Worte sind der Worte von Gott. Die Welt warst und reinget mit Christus. A thousand years, this is the first resurrection. The rest of the dead did not come to life. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020